Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Wir sind im letzten Part in Tokio angekommen und müssen uns mit Takimoto, heißt er, treffen. Darüber? Ich habe Angst, Mann. Wenn ich nicht so ganz ruhig hinspringen soll, muss ich irgendwas... Ah, guck. Ich wusste es doch, irgendwas muss ich ranziehen. Das macht natürlich dann deutlich mehr Sinn, ne? Wäre jetzt arschlustig gewesen, hätte ich diesen Jump verkackt, oder? Ist ja auch so typisch für mich gewesen. Okay, Lara, bitte. So. Pfff, die hatte ich da Kameraswitch gerade. Jesus. Die machen Höhen echt nichts. Also mir wird da jetzt schon schlecht, ne? Weil ich hab da... Ich hab bei bestem Willen, ich hab Höhenangst. Naja. Oh. Moment. Boah. Aber die Aussicht ist arschgeil, oder? Eigentlich schade, dass man in diesen ganzen Bereichen nur so kurz ist, ne? Weil ich finde gerade, der sieht so schön aus. Rune. 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 Spreng. Rune. 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 Oh, Junge. Oh, verdammt, endlich oben Junge, Junge, Junge Ignoriert mich einfach Aua Wollte ihn gerade nur treten Junge, Junge Junge, Junge Junge, Junge Junge, Junge 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 Du hast mich nicht verraten. Du hast in meine Haus gebrochen. Du hast meine Männer verraten. Ich habe das Geld verraten. Und jetzt, wenn du nicht mindst, werde ich dein Inventor verraten. Du sprachst von diesem? Es ist die größte von meiner Rechnung. Und warum ist das? Ich bin faszin von Recovering Objekten von dead Englishmen. In diesem Fall, einer von deinen Krusadern. Alguns haben sogar gesagt, der Warmonger war einer von deinem King Arthur's Knights. Ich weiß nicht, wie der Mann kam. Es ist sicherlich weit älter als der 11. Jahrhundert, als deine Leute in Hutschland lebten. Und für diesen Grund, würdest du sterben, als es übernehmen? Nein. Für diesen! Oh, fuck. Oh! Nein. Für mich nicht. Hilfe! Also, ich versuche dich zu. Ich versuche dich zu. Ich versuche mich zu. Ich versuche dich, was du musik für bist. Ich versuche dich zu. Oh, die wöre. Du verstehst, Frau Kr�artner. Ich versuche dich aus. Ach ja. Ah, der nervt, ey. Ah, der nervt, ey. Now you will see your foolishness. Fool. Do you understand, Ms. Croft? The artifact of God. You are foolish. Come here. I'm going to try my curiosity now. It's time to die. Da passt kein Schuss mehr, bro. Er hat halt auch wirklich nur diese Attacke, ne? Was, jetzt hab ich's da runtergeworfen? Ja, jetzt muss ich ja an ihn ran. Außer, ich hab hier irgendwo Munition liegen. Okay. Hier runterzukommen war ein Fehler. Ich verstehe. Ich kann ihn nicht verletzen. Ah, dieser Scheiß-Taka-Motto. Komm her, du Schlitzauge, jetzt. Ja, jetzt hab ich dich. Ja, jetzt kannst du nichts mehr machen, ne? Ja, 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 ja. Jetzt treffe ich dich, du dumme Scheiß-Trek-Sau. Ich bin ne Frau, trotzdem werde ich dich Hardcore bumsen. Bam, Alter, mit nem Kick in die Nüsse verledigt, ey. Mit nem Kick in die Nüsse. Geiler Scheiß. Das ist es, all right? Du siehst, was ich kann tun? Ja, Alistair, ich habe. Nishimura hat einen Chopper outside waiting für dich. Excellent. Sag ihn, er ist mein Lieblingsfammer. Vielen Dank, Nishimura-san. Ich bin sehr glücklich, dass du hier findest. Ich bin glücklich, auch. Was für Takamotto? Wo ist er? Es handelt auf, ob er sei oder gut war. Ich habe ein Lieber auf James Rutland, bei der Weg. Willst du gehen wieder? Absolut, Afrika ist eines meiner Lieblingsfammerzen. Das heißt, jetzt gehen wir nach Afrika, oder? Aber wir sind, glaube ich, kein einziges Mal gestorben in dem Level, oder? Ah, da haben wir uns ganz gut angestellt. Trotzdem, ah doch, zwei Silver Rewards haben wir gefunden. Ich weiß, da gibt es voll viele. Naja, nach Ghana gehen wir jetzt. Okay. Und wir jagen James Rutland nach. No sign of Rutland so far. Have we worked out what he's doing here? No, but there's something else. When I was going over the map, Winston said your parents have been there. Your dad worked this site before you were born. That's not so peculiar. It happens occasionally. Ja, ja, du warst ja jetzt schon fast über die ganze Welt, also. Dive, press, ex. Dive, press, ex. Dive, press, ex. Das hat nicht funktioniert. Nein, das kriegt man besser hin. Ich werde jetzt mal tatsächlich zurückspulen, weil ich ein Arschloch bin. Aber ich möchte es machen. Dann kreis schnell, während du nach... Okay. Ich habe keinen Arschloch, ich bin jetzt scheiß drauf. Ja, da liegt was. Guck, das sehe ich doch. Ach, da kommen wir mal gar nicht ran. Ja, da, ja, 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 den hoch, hoch, hoch. Okay, nope, damit haben wir noch kein Glück. Okay. 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 Das war's für heute. Und er war so einfach zu finden. Hoch? Baden gehen wollte ich jetzt eigentlich... Lager, komm schon. Tu mir das jetzt nicht an. Hä? Oder mache ich hier irgendwas falsch? Ey. Hey. Ich kann ja nicht aus dem Wasser rausspringen. Und dann... Ja, auch nicht so. Hä? Hä? Hä, mache ich irgendwas falsch? Jetzt mal Realtalk. Ich erreiche das nicht. Hä, bin ich zu doof? Keine Antwort darauf, bitte. Aber... Ja, guck mal, ich komme noch weit genug an sich. Oder springe ich einfach nur so falsch, dass ich es nicht erreicht. Komm, Laura. Du bist gerade ein Hochhaus hochgeklemmert. Lass dich jetzt nicht davon aufhalten, bitte. Ja, super. Das hat natürlich ganz geil funktioniert. Aber es geht mir jetzt langsam auf den Piss. Ich komme da nicht rüber. Nein, irgendwas falsch ist. Beim Ernst. Ich komme da nicht ran. Oh, meine Fresse. Ja, da hinten. Hm. Das Ding kommt auch nicht zurück, oder wie? Okay. Das war ja leicht. Oh. Warum sind hier Leute? Wir haben doch gerade erst ein Tempel aufgedeckt. Ja, klar, das Brio. Du wirst komplett durchlöchert wie Schweizer Käse, aber du kannst trotzdem noch drücken. Oh. Das ging gerade ziemlich schnell. Jetzt haben wir ganz schön viele Gegner. Ah. Ich wollte eigentlich nicht baden gehen. Dann ist nicht in meinem Plan. Nochmal einer. Ja, guck da oben. Du weichei, komm doch runter. Da komm doch her. Na, wo hängst du rum, hä? Da komm ich einfach zu dir hoch. Da sind sogar zwei. Das Medi geht nämlich, dass ich gerne an mich. What the fuck. Nochmal jemand. Ja komm. Die scheiße. Diese scheiße Leute, die in ihrem Sport sind. Jetzt sind aber auch so viele. Na also. Okay. Jetzt rum gucken. Ab. Äh. Hilfe. Da sind wir wahrscheinlich da hoch, oder? Boah, da gab es sogar so eine Maschinengewehrapparatur und ich hab's nicht benutzt. Ja, und jetzt? Na gut, ich kann da hin, oder? Ja. Nur was es jetzt genau bringt, ist mir ein Rätsel. Ja, Schaden. Sehr viel Schaden. Nein, ehrlich, das ist jetzt die Lösung. Das ist ja wohl ein Witz. Naja, okay. Ich dachte erst. Herr. Heeeh! Heeeh!